WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hilfe! Wir haben Ihre Abwehr! Dutzende speziell ausgebildete Kisten aus den Waggons. Wie viele waren es? Vier. Und wie viel haben Sie mitgenommen? Zehn Kisten mit Goldbarren. Wie kann es dann sein, dass vier dahergelaufene Kriminelle nicht nur unerkannt hier reinkommen, sondern auch noch Dutzende speziell ausgebildete Soldaten einfach eliminieren? Zuerst sah es so aus, als ob es mehr als vier wären. Ich dachte, wir würden von den Russen eingenommen. Wir haben keinen Alarm der Wachen gehört. Nur laute Schießerei aus dem Innern des Gebäudes. Alle blöden Schenken! Als ich es endlich wagte, rauszugehen, erkannte ich erst, was los war. Vier Männer trugen Kisten aus den Waggons. Leblose Körper überall. Alle tot, nur du nicht. Warum? Diese Ladung soll der Stolz der SS sein. Wissen Sie, was wir hier auf dem Stützpunkt haben? Wissen Sie, was wir hier auf dem Stützpunkt haben? Wissen Sie. Wissen Sie, was wir hier auf dem Stt? Wissen Sie, was wir hier abvorhernd? Wir hören.